so fernglas runter ich habe als spieler kontakt warten stopfen wo denn wo denn direkt wenn ihr runterguckt geradeaus großer blauer rucksack zwei spieler ne gollum kommt auf den spieler wenn ihr runterguckt was ist das für eine richtungsangabe ja richtung police runter police die richtung guckst du aber nicht waldkante erkannt erkannt lasst ihr mal an stellung gehen vielleicht kommen wir näher ran den kann ich feuern kannst du feiern da ich sehe nicht sehen aber ich kann feiern konnte konnte ich nicht feuern dem ding war deine axt und versuchen wir damit zu schlagen wenn das ich habe ich habe ja von zomi gekillt das ist einfach nochmal das kommt mit mal habt ihr noch aufklärung auf den typen ist es nicht ich kann nicht schlagen ja dann musst du wieder einloggen ok war ich jetzt stück weiter nach hinten aus busch ja ich kann es auch nicht muss mir auch einen noch weiter aus hoffst kann ich muss ich den stück weil ich sehe nicht mehr ich auch nicht ich habe auch gesehen wo zuletzt war und hat eine minute waren gelegt ich sehe ihn wieder wo ist er direkt vor meiner fresse wie der waldkante jetzt kann ich wieder nicht sehen noch 40 sekunden da ist eine kleine buschgruppe mit einer winzig kleinen tanne und schande alter da kommt wer es noch 20 sekunden ist das kombi du ach so ich ja ich komme gerade zu dir gelaufen danke dass du das rechtzeitig gesagt hast ihr hockt hier noch die anderen beiden ja 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 noch fünf sekunden wo ist ein schuss auch noch 30 wo ist ein schuss hinter uns ne der ist vor uns der ist in stellung gegangen der knaller ich laufe links von dir du läufst links von mir ach da ok oh gott wie weit vorne bist du denn schon ich will lieber noch kurz bei den anderen bleiben mir wenn die wieder einloggen ist dass der hier rechts rum fassen kommt weil einer war rechts ich weiß gar nicht was du so weit links bist als ob die in der hütte sind wie gesagt einer ist hier vorne rechts bei den bischen gewesen ja ja das war der mit dem neuen rucksack ja ja genau den habe ich ja verfolgt nur ich war mir nicht sicher ob ich zuschlagen kann und dann kam der zombie die haben sich hier mit dem buschenschissen da gehst du ich sehe dich ja ich gehe jetzt weiter nach rechts wieder rüber ich bin immer noch im police raid drin ja me too kann auch noch keinen von euch beiden sehen ich sehe mit dem blauen rucksack ich sehe mit dem blauen rucksack jetzt habe ich dich aber aus den augen verloren ja da ist die tanne vor soll ich mit vorkommen er verschiebt sich grad wieder ok in welche richtung weiter weg oder wieder ran nach unten ja ich sehe dich er nutzt jeden baum hier aus hoffe der ist hier alleine ... ja ich deswegen will ich mitkommen ich habe ich eben noch gesehen ich komme jetzt hinterher alter muss ich hier die volle zeit warten oder was naja das ist dieses 200 noch was sekunden die nicht angezeigt werden ich sehe nicht mehr der muss aber direkt vor uns sein irgendwo ich sehe ihn wieder er rennt rechts rüber an einem bäumen immer an den bäumen lang ich gehe zu den tannengruppen wo du gar zwischendurch warst ja davon bin ich rechts ein stück ich ja ich habe dich laufen sehen komm rechts ja ich sehe dich ich bin meine position wo ihr gerade seid stücken weiter rechts gucken von deiner position einer in dem wald ding sie kommt eine kleine freifläche und dann wieder im wald richtung berlin oder orange rechte seite es ist das ja warte ganz ruhig das ist ein newbie da bist du daniel der andere guckt gerade in die richtung glaube ich mit dem blauen rucksack er er guckt nach unten ich packe mein zielfernrohr drauf da ich sehe sie unten rechts wo da kommt ich sehe den mit dem blauen rucksack nicht wo denn unten rechts von links du musstest den sehen ok ich sehe doch die beiden ja aber rechts davon sind die unten im wald da unten da rennt einer mit dem blauen rucksack oder das ist ein bisschen weit entfernt oder ja darum ich will ja näher ran nur ich bin nicht aufgeklärt werden da ich sehen wo alter ich könnte so geil abdrücken ist da noch einer bewegt dass ich wieder er stand gerade so geil er hat mich er kommt auf und zu da kommt ein auf und zu wo denn da ist genau auf uns dominik erkannt ist ein zombie rucksack der ist kein zombie mit dem roten rucksack das ist ein newbie dann das ist der newbie das ist der newbie mit der rechte da rennt ein zombie auf dich zu daniel der ist auf mich der ist auf mich zugerannt jetzt erschossen ich bin weg ich habe wieder nach hinten zu uns zu unserer ausgangsposition meine bitte ich bin entgegen ich muss nach hinten weg die stetsch der schießen die bäume rein und da steht hinterm busch das ist einer von uns ist klar wohin verschieben uns da kommt der zombie ich will die axt raus der mit dem blauen rucksack hat mich übelst unter beschuss gerade ich weiß nicht wo seine position ist ich weiß nicht wo seine position ist der zombie ist weg ist hinter dir hier vorne ist er weg hier ist ein zombie der hat auf uns aggro der typ mit dem blauen rucksack hat auf euch geschossen doch somit auf dich ja ich weiß man ist wesentlich weiter vorne nein ich bin komplett zurückgelaufen wer sieht mich doch jetzt oder ich sehe dich links oder dann gibt es ja ja gibt mir mal eine richtungsangabe wo der gegnerische spieler war ja 12 uhr und unten in diesem kleinen wald kann aber den kannst du von hier aus nicht sehen links von uns kommen die ganze zeit moseln schüsse als ob die in der kuh oder keine schüsse ich habe auch einen schuss gehört aber ich glaube die sind die war hinten links im wald stück da hinten weil es sich ein bisschen entfernte anhörte das war ich jetzt gerade meine aufklärung gerade kann der hinde kann ja eigentlich nur entweder runter oder nach rechts weg so wo seid ihr jetzt also ich bin stück vor ich glaube gerade hinten rum gehen das weitstück aus dem wir gekommen sind ja ich habe dich gesehen ja ich sehe auch einen davon in der tante ja und ich bin rechts von dominik da kommt ein gollum auf euch zu er zieht keine zombie aggro lustigerweise er ist hinter euch der zombie ja ja ich sehe nicht sowieso gerade öls baggie ich habe gerade ganz kurz mal keine munition mehr in meiner munitionsbox gehabt so ich habe die freifläche ein bisschen im blick kommen soll ich rüber die soundbugs ne die machen einen richtig kirre oh oh was oh oh ja warte mal nichts alles gut ich habe gedacht ich hätte was gesehen aber dann war der busch auf einmal vor meinen augen vor euch ne ich höre einen zombie ja ich habe ihn auch gehört ja warte da kommt glaube ich auf mich ooo axt und ich kann schon wieder nicht hitten oder was ne ich kann schon wieder nicht hitten ich kann nicht hitten ja ich habe dich gehört ich bin auf dem weg zu dir ich habe die axt schon in der hand boah sehr schnell wo ist er denn ab ihn verstehe es nicht der ganze server packt hier auch voll rum hier ohne halbe schon um die waffen zu nehmen ja ich kann wieder nicht schießen ich muss mich auch wieder auslangen stehe ich stehe auch aber ich habe noch überall diese verpixelte stehe auch we kick for vip du bist gekickt worden nein wo stehe ich denn also ich bin nur noch im labouche ach ich bin auf der rechten seite ich brauche mal ganz schnell in der rechten seite jemanden mit messer hast du einen hasen gekippt? ich habe kein messer ich laufe hinter einem hirsch her aber er ist übel schnell Losenöffner kann ich dir anbieten btf junger renn in den rechten wald ja du rennst ganz hübsch der ist von mir weggelaufen da kommt ein zombie ne das bin ich da kommen 3 zombi wo seid ihr denn? die zombies hauen den hirsch 3 golems gehen auf den hirsch los hey ja oh geil ich sehs ja cool komm wieder hoch wo seid ihr? ich bin ein bisschen über dir rechts in den wald reingelaufen wo honey reingelaufen ist die Fika killen echt den hirsch ja die rennen da zu dritt hinterher ich komm wieder zurück an die ich bin in dieser komischen tannengruppe wo ich mich ausloggen Dominik wusste ja wo ich mich da ausgelockt habe ja wir kommen zu euch ja ich bin gleich da habt ihr schon das waldstück voraus aufgescheckt? nee check ist aber keiner Ahoi Ahoi geh rein wir sind ein stück vor euch warte ich renne zurück hier ist keiner alter was sind wir los? mehr richtung berghoch oder mehr da einen seh ich einer rennt hier verwirrt und ja da sind zwei ach wir sind alle da hallo so juhuuu RADLY gut der Devserver ist trotzdem auch voll ne? also ist zwar ein anderer aber voll hab ich ja keinerlei Schüsse oder sonst irgendwas mein Magazin ist wieder voll ja das ist normal doof ja äh mein Inventar ist komplett umsortiert äh das ist doch genauso wie ich vorher war glaub ich zumindest ich merk nur sowas immer nie glaub ich zumindestens ich merk nur sowas immer nie uff alles ruhig guck mal so in die stadt ähm ich seh einen da hinten bei den beiden Silos beim Hafen habe ich gerade einen Spieler gesehen ja ich seh noch einen, zwei stück da kommen grob unsere richtung drei sogar schenkt weiter nach rechts drei spiele im Hafengelände bei den Silos? ja wenn du zur Kirche guckst sieht man den goldenen Kuppel da links davon da laufen die gerade alle lang zwei stück zwei stück die kommen zu uns hoch? ja die sind gerade bei der Polizeistation habe ich eingesehen ja wollen wir uns dann hier irgendwie verschanzen oder so? ja hier im Wald wissen wir dass es verschanzen scheiße ist ne? äh auf dem Weg runter da ist gerade ein Gollum los hier laufen ach direkt das vor uns oder was? genau das vor uns da ist gerade ein Gollum los ja die sind ja auch schon da vorne ne so weit sind die noch nicht waren gerade bei der Polizeistation unten ja aber die anderen beiden sind hier hoch gelaufen in unsere richtung ja dann sind sie ja keine 400 Meter mehr entfernt ja auch nicht weil mein der Engel ist ja auch drunken bei der Polizeistation sehe ich einen ja ich verschiebe mich weiter nach links um das Haus zu überwachen ja nicht dass die in der Kuhle hochlaufen weil dann ficken die uns von hinten gleich wenn sie uns sehen verschiebe mich wieder nach hinten ein Zombie rennt hinten Richtung Hafen wieder und ein Jubi ist in der Stadt vorne eben links neben der Kirche ich verschiebe mich nach links wie weit links? äh komplett links an die Straßenrand ja ich bin auf ich bin links von dir du bist hinter mir ja was machen wir bei Feindaufklärung? erst mal gucken wie weit Entfernung mal pack der aufs Zeugabe auch so übelst nein ne gerade gar nicht beobacht erstmal nach oben ich kann die komplett nicht mehr ok 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 hinter uns hinter uns hinter uns direkt hinter uns ja ich sehs ja ich seh ihn mehrere zwei Spieler Alkoholschüss einer tot muss nachladen zwei Spieler daumen zwei Spieler habe ich gerade erschossen wir schieben nach links ja weil da müsste ja hat einer Matthias im Blick oder bist du immer noch unconscious? ja ja ich bin von Dummlings Position aus gewesen etwas weiter hinten links an dem Baum Zombie hat mich gerade gehadet ich blute ich glaube ich werde nicht aufwachen bis ich das blute blutgestillt wurde ich sank hier jetzt du kannst ja ich muss mich eben entfernen Dominik du gehst Richtung rotes Haus grad hoch ne? ja ja ich folge euch ich bin immer noch an dem Räumchen vorne und gucke nach unten da steht jemand im Blute wie Sau da steht jemand im Blute wie Sau wo 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 wo? das ist Hany was? nee das ist Matthias der steht da im Blute wie Sau ja dann verbindet den mal schnell ich denke gerade das die nicht aufstehen obwohl einer sollte mal hin und in den Kopf schießen warte mal da zählt doch noch einer in meine Richtung oder wer ist das hier weiß gerade nicht wo die genau geskrepiert sind hier links von mir anny siehst du mich kannst du dich nicht bewegen oder was so los ich bin unconscious tot ja zu spät wenn ich blute dann muss es immer schnell gehen leider jetzt sechs uhr zurückkommt was was spieler links der spiel links von mir aus links oder was mit motorradhelm direkt vor dir pass auf links ein stück weiter links über dir im grünen busch betrot war ich ein stück aus ich sehe nix den hole ich mir gleich wenn eine leiche geht der war genau in meine richtung geguckt hast ich habe gesehen ja hast du jetzt nein ach so jetzt habe ich mir erschossen wieso kriege ich hier nix mit ja weil ich gesagt habe direkt vor mir ich bin wieder ohja hungry ist bei mir schon übelst heftig gerade bei mir ist gerade auch der zogen ich müsste gleich bei euch sein müsste einer gleich mal den zum hier mal wegnetzen der hier das geht nicht um mal eben deine richtung nicht aufnehmen ja genau jetzt ist er an mir dran was geht das erste hat mich doch gerade gesehen oder ich habe ich habe mich auch gesehen mein zombie kommt hier gerade hinter mir direkt also du rennst jetzt wieder an okay ich bin da nicht schießen du musst mal nachher waffe gucken das eine ist die akm das andere ist die das ist nichtmals dann auf anderen seite das meins das einzige was ich nicht rausbekomme aus dem boden das die axt deckt ihr fest als zombie ist da und weilt euch sortieren könnt ihr später nicht das beste was sie kriegen können verpissen uns hier deine hose liegt ja noch weine ja oder blut ist du ja ich muss mich immer verbinden ganz kurz und wieder ein zombie der hat mich aus ungelogen zwei kilometern gesehen ihr müsst mal gucken ich habe eure schuhe handschuhe brillen den ganzen scheiß irgendwo ins inventar reingeschmissen dankeschön falls einer noch braucht hier sind zwar zwei kaputte protector case aber die kannst du auch nutzen als einer eins auch hier du hast deine ak-dingenskirchen star akm kommt noch ein spieler was blau bambi ich bin am verungern den bleiben der schießt schießt nicht stehen bleiben macha verschwinde jetzt verpiss dich ich esse kurz was hast du erschossen ja ich bin erschossen worauf ballert ihr denn alle schießt wir hatten ja alles gerade geschossen ich habe geschossen wer noch ok an die jaja chill mal das war einer von den anderen spackos und er froh er ist ohne irgendwas her gekommen eine waffe in camouflage mein griff stück ja das angesprüht ja ja voll geil hier warte mal was denn hast du schon den den was für griffstück hast du standard oder das von hk plastic buttstock hier ich schmeiße jetzt zwei sachen auf die füße ah mist ich bin das wenn man treffen würde ja du zielst auch nach oben hab ihn ne ich habe ihn nach unten gezielt habt ihr jetzt aufgesammelte kommen wir weg du hast hier im magazin verloren im trommel magazin ja das habe ich dir das ist von dem einen typen der dich über den haufen geschossen hat alles cool zehn schuss hat der typ von mir reingesiebt gekriegt alter weinheit ihr denn sagt das doch mal an von mir kommt genau auf mich zu das älpchen schnabelige schnabel können wir jetzt hier weg bitte das gefühl ich bin gleich erschossen ja ja wohin gehen wir jetzt eigentlich nach norden oder was erst mal irgendwo hin wo die anderen da dingens kirchens können hier dingens ich müsste mich mal kurz ernähren norden gehen weil da oben da sind immer meistens spieler immer meistens spieler habt ihr alles aufgesammelt was ihr braucht nö sag mal kurz oh 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 keine geburtfahrer hier liegt da noch eine hose oder bin ich ihr braucht nicht hier umsortieren nimmt was ihr kriegen könnt und dann lasst uns hier abhauen alles ich bin soweit ich warte du ja lass uns nach norden gehen da in einem waldstück wenn wir jetzt nach westen weiter gehen dann ist es meistens so dass er spieler sind ich finde wir haben uns gut geschlagen ja 3 zu 2 rechne die bambis mit 5 zu 2 ne 6 den im grünen habe ich ja noch umgewicht warte warte die zombies geben halbe punktzahl also sind wir bei zehn oder so ne